so leute um willkommen zurück zu Herr der Ringe Schlacht für Mittelerne 2 man muss echt sagen dass dieses Spiel jetzt langsam richtig auf dem Sack geht das zieht sich einfach so in die Länge und ich hab echt kein Bock mehr und will es jetzt einfach nur durchspielen und letzten Adler platt gemacht zwischen uns und Truppen alle erstmal heilen genau so wie der Turm da wir haben jetzt hier einen Sperrposten und da einen Sperrposten das finde ich gut und wir haben auch eine riesige Armee das finde ich auch gut und wir haben kaum Geld das finde ich nicht gut und wir haben fast schwere Rüstung erforscht die schweren Rüstungen Nieder mit dem Westen Nieder mit dem Osten durch ihr sagen tsch wir kämpfen für Nordr stell ich mal vor wenn einer sagen würde in den mitten in irgendwie mitten in der Belagerung von Bruchtal Nieder mit dem Osten was die anderen machen würden tsch ja und vielleicht kann ich ein bisschen Husten zwischendurch oder so ich hab um Halsweh und denn fast Instantly am Husten nein sie haben es kaputt gemacht deshalb kriegen wir nicht so viel Moneter okay da müssen wir jetzt erstmal das müssen wir erstmal wieder reparieren so ist da jetzt siehen jetzt irgendwie anders aus als vorher nee oder? wir kämpfen für Mordor hat sich nichts verändert bis auf dass sie ja so einen Leuchtepunkt haben oder? oder täusche ich mich? ich weiß es nicht oh wir haben sogar fast schon unser Einheitenlimit erreicht und unsere Monetenzahl geht so langsam nach oben Scheiße nein die haben ihren blöden Feierregen niedergehen lassen Wetten haben die jetzt einen ganzen Truppen niedergeballert okay Trollgewig ist auf höchster Stufe da werden es erweitert habe ich das auch gekauft oh ja wir brauchen mehr Rohstoffe ja mehr Rohstoffe kriegen wir indem wir das hier neu bauen das da neu bauen und noch sowas zum Beschützten hinstellen oh mein Gott da muss ich husten und verliere noch meine Stimme mitten im Let's Play also wenn das nicht peinlich ist und nochmal kurz oh jetzt geht es aber wieder okay also echt sowas von peinlich im Let's Play husten und die Stimme verlieren wenn man jetzt vielleicht auch gerade hören kann ich bin gerade am Bonbon lutschen damit es nicht normal passiert weil das ist mir echt ein bisschen peinlich ich weiß nicht schon groß genug haben mir um anzugreifen die sind auch gar nicht voll aufgerüstet ich glaube es wäre besser wenn wir das erstmal hier warten weil die haben ja alle top ausgerüstet 100% alle auch auf Level 5 äh nein Stufe 2 Stufe 5 Stufe 5 dann haben wir so übel die geile Burg mit Enz wir haben zwei von den Burgen also das ist übeldübel aber wir haben Sauron äh holy moly geht das? oh es geht es geht aha tja good night warte mal läuft der jetzt? scheiße der läuft stopp ist immer nur gerade zu stopp wollte der jetzt echt wollte der nicht ernsthaft da ins Lager laufen oder? ich habe sogar gerade das Gefühl dass da gleich ein paar Leutchen angreifen ich habe mal ein paar Sperrträger ab abstellen die dann hier ich dann hier positionieren und die positioniere ich mir so ich habe da gerade ein paar Reiter weg gesehen werbeck reiten sehen und das hat mir doch ein bisschen Sorgen bereitet mein Name deswegen schiebe ich jetzt hier einfach wie schon gesagt einfach mal zwei Trupps Eastlinge hin die dann da bewachen und falls nochmal so ein Stimmen Stimmenaussetzer passieren sollte dann weiß ich auch nicht was ich dann tue repariert da jemand oh ja da repariert jemand gut ja die Zahlen hat es wieder aufgebaut so ja oh ja ja wir haben genug Geld oben wir haben kaum noch Rohstoffe was mann wenigstens kriegen wir hier genug Rohstoffe durch siebzig siebzig jedes Mal ne tja die fliegen nass gut sind übel cool aber warte mal hier ist doch einer hier ist alle eigentlich voll alle Helden sind voll der ist so übel hm dauert noch so ewig ich kommandiere mal kommandiere mal alle Ork alle Orks die kommen mal alle hier hin ja und Eastlinge schicken wir auch alle hier hin hab ich jetzt auch die hier unten ausgewählt nein macht euch bereit okay jetzt wählt dann immer nur alle Orks auf dem Bildschirm aus alle von der Art auf einem Bildschirm yes jetzt können wir unsere gesamte Ork-Armee damit aufrüsten scheiße und kein Geld mehr und auch oh der Drache ist fast wieder fast wieder benutzbar und der ist auch fast benutzbar fast wieder benutzbar warte mal ärgern wir die mal ein bisschen haben sie nicht gesehen hehehehe okay was was und das Arsch und die beiden Leben noch zahle die ganz umsonst umgebracht weil sie sowieso wiederhergestellt werden als ich hergestellt hat wie das Born weil sie noch die Landfahnträger haben wir haben das Schatzlager scheiße jetzt könnten wir geschmiedliche Klingen kaufen dann hätten wir genug Moneten haben wir aber nicht also ich werde erst mal hier die ganzen mit den Rüstungen ausrüsten ja zum Beispiel auch das die dann halt alle voll Projekte sind und wir dann auch ganz gut angreifen können ohne groß Bemerkung was ich ein das ist alles rein schicken wir auch alle mal hier hoch mal Nee, ich mach mir das lieber so breit. So. Hm. Aber irgendwas müssen wir auch hier lassen, um die Burg zu verteidigen. Ähm. Warte mal, was sag ich, wenn ich einen Troll hier lasse? Oder ihn. Den Helden braucht man einen Kampf. Hm. Vielleicht würde ich es so allen gerne mitnehmen oder da lassen, ne? Hm. Wir können auch keine Truppen mehr befehlen und die Musik ist gerade epic. Diese Musik, wenn die Uru kann, nach Isengard marschieren, glaube ich. Hm. Gleich können wir es kaufen. Shitfuck. Sie greifen die Mine an. Wo? Hier ist doch keine Mine. Hier ist doch keine Mine. Wir haben viel zu tun. Hm. Manchmal ist der Sprecher schon ein bisschen konfus. Schicken wir auch einfach mal alle Helden hier hoch. Hm. Oh Gott, ist der Larm. Oh Gott. Schau mal, du bist sauer. Du musst... Du hast gefälligst schnell zu laufen, ne? Schau mal. Schau mal. Psch, 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 psch. Das geht doch echt nicht. Wir können auch keine Truppen mehr bohren. Okay. Entscheidung getroffene. Hadrim, ihr bleibt hier unbewacht. Falls die jemals von der anderen Seite angreifen werden. Oder nee, warte mal. Wir können ja... ...hier ein paar Verteidigungstürme hinbauen. Ja, aber trotzdem, die bleiben noch. Sauron, du bist so ein Larmarsch, ey. Echt. Geht ja gar nicht. Kann man mit denen noch eine Aufstellung machen? Kann man sogar. Cool. I believe I can fly. Wir sind halt übelst schwach gegen Bogen schützen. Da verkacken die sofort. Deswegen werden wir die erstmal ein bisschen... wenn wir die erstmal zurücklassen. Die kommen dann später, wenn wir die Bogenschützen getötet haben. Die will ich echt behalten. Ich will nicht, dass ich sterben. Habe ich jetzt geschmied? Ich habe doch geschmiedet. Ich habe doch geschmiedet. Sie sind gekauft, oder? Ich habe mich doch, oder? Oh ja, habe ich. Was gehört? Was gehört? Oh mein Gott. So, da kommt er. Der... Helde. Helde. So, wenn der im Bild ist, dann machen wir so. Machen wir eine Aufstellung auf der Brücke. Boah, ist die Aufstellung lange. Die geht ja bis hier hin. Gott. Schmerträger nach ganz vorne, das ist richtig. Die können dann die ganzen Reiter abfangen. Bei ihr steht da ein bisschen un... Nein, egal. Un... Un... Oh nein, stopp, stopp, stopp. Alle Aufstellungen. Nein. Ich habe das entscheidende Detail vergessen. Anderer Baumeister. Was sollten wir sonst noch bauen? Große Belagerungswerke. Scheiße, Mann. Brauchen wir noch Geld? Wir brauchen nämlich, ähm... Ich bin mir ziemlich sicher, also das brauchen wir auf jeden Fall. Ist, ähm... Katapulte. Ohne Katapulte können wir nicht lange überleben. Weil die haben hier... Das weiß ich ja leider schon. Haben hier so Türme. Die haben letztes Mal meine halbe Armee weggeballert, bevor die überhaupt... Irgendwie... Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Nein. Du. Flieg weg. Du. Flieg weg. Du. Flieg weg. So. Dann wäre das geklärt. Lustig, wenn die absteigen könnten, ne? Dann würde der dann so... So runterspringen, so... Und dann Fallschirm aufmachen. Dann würde ich lachen. Bremsen. Naja. Okay, das wird aber es wirklich Zeit, dass wir angreifen. Ich muss es halt nur warten, wenn ich diese blöde... Okay. Okay. Naja, das ist aber gerade ziemlich langweilig und ich weiß auch nicht, wie viel festplatte ich noch ab. Das bereitet mir echt Sorgen. Gibt noch so viel der Herr der Ringe, der... Oh, wie stimmt, wir müssen ja... Ach, wir müssen ja was opfern. Tut mir leid. Und dann, stopp! Oder nein, doch opfern. Hab ich zwar viel Geld in die reingesteckt, sind voll ausgerüstet, aber trotzdem sterbt. Braucht ihr Kommandopunkte für die Katapulte. Hm.